Und hier ist ihr neues Sofa von Willi Schillig, die 12315, ein Sofa in Leder Longlife Kurkuma. Es bietet genügend Platz, wie Sie sehen hier mit losen Kissen, kann ich auch mal für Kurzbeinige in den Rücken nehmen. Das Kopfteil ist verstellbar und zum Thema Liegekomfort, nehmen wir mal so ein bisschen quer her. So, naja also, da kann man sich schon mal lang machen. Na, so, die Kissen haben natürlich den Vorteil, die kann ich dann auch auf dem Tisch als Hocker Ersatz nehmen. Hat gewisse Vorteile, da spare ich den Hocker. So, ja, einmal ist es da. Übrigens, richtig schön, richtig schön warmes Leder. Also sehr gut auch Frauen geeignet, gell. Klick. 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 Vielen Dank.